Hallo, ich bin Nora vom Kanal Noralu und das hier wird ein wundervolles Rezeptvideo, was ich für den Kochwettbewerb für Kochs-Vegan gedreht habe. Ähm, was hier wird noch zu sagen? Nicht mehr viel, es geht um Datteln. Es ist eine Dattelspeise, es ist sehr, sehr lecker, ein bisschen was Außergewöhnliches, zumindest habe ich es vorher noch nie bei jemand anderem gegessen, außer bei meiner Mama. Es ist eigentlich kein veganes Rezept, aber ich habe es einfach mal veganisiert, denn es ist möglich, es zu veganisieren. Es ist halt auf Basis von Joghurt und Quark und so einem Schnickschnack, das kann man variieren, wie man will. Und ich habe es mit veganem Joghurt und veganem Sauerrahmen gemacht, denn beides habe ich im Kühlregal gefunden. Also ist es ganz eindeutig vegan und richtig, richtig, richtig lecker. Äh, ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es ist eine Süßspeise, sehr süß, um genau zu sein. Äh, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ansehen. Für vier gute Portionen braucht ihr 250 Gramm von den erwähnten Datteln, 250 Milliliter Wasser, einen Viertel Teelöffel Zimt, eine Prise gemahlene Vanille oder Vanilleschote und einen Esslöffel Kokosraspeln. Das vermixe ich jetzt gut und ich bilde mir ein, durch den Mörser würden irgendwelche Aromen freigesetzt werden, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer. Wahrscheinlich kann man es auch einfach verrühren. Dann braucht ihr noch 500 Gramm, ja, wie schon erwähnt, eigentlich ist es egal. Ich habe jetzt Soja-Joghurt genommen und Soja-Sauerrahmen. Habe ich vorher noch nie gesehen, dass es das gibt, aber es gibt's. Das vermixe ich dann mit einem Esslöffel Agavendicksaft zu einer relativ gleichmäßigen Masse. Nachher mache ich das aber noch mal schöner. Ja, dann das übliche Leid, ähm, die ganzen Datteln zu entkernen und die drei ganz links, die habe ich dann aussortiert. Da waren Tiere drin. Äh, nicht so schön. Die Datteln gebt ihr jetzt mit dem Wasser in einen Topf, in einen kalten Topf. Und dann, wenn es anfängt zu kochen, einmal umrühren. Fünf Minuten kochen lassen, nochmal so ein bisschen umrühren und dann die Herdplatte komplett ausmachen und nochmal fünf Minuten ziehen lassen. Und währenddessen mixe ich schon mal den Joghurt mit den zimtig-vanilligen Kokosraspeln. Dann geht's ans Pürieren. Die Dattelwassermischung wird einfach zu einem Mousse püriert, zu einem homogenen Mousse. Und, ähm, ja, es dauert ein bisschen, das da schön einzurühren, aber mit ein bisschen Geduld und ähm, Mousse, ähm, bekommt ihr da eine so unfassbar leckere Creme bei raus. Das ist, das ist der Wahnsinn. Die garniere ich noch mit Kokosflocken und Mandelsplittern. Und ich sag euch, kühlt sie, stellt sie in den Kühlschrank und kühlt sie für ein paar Stunden. Dann ist sie umso leckerer. Das war es auch schon. Das war der ganze Zauber. Es ist nicht wirklich schwierig und auch nicht wirklich aufwendig. Es ist was ziemlich Einfaches und was ziemlich Leckeres. Aber das habe ich ja schon zu Genüge jetzt gesagt. Also, ähm, ja, ich bin normalerweise nicht jemand, der sagt, äh, jemand soll mein Video bewerten oder sowas. Aber in diesem Falle bitte ich natürlich schon darum, denn es geht hier nun mal darum, einen Wettbewerb zu gewinnen. Also, wäre schön, von euch einen Daumen zu bekommen. Einen Daumen nach oben. Okay. Äh, vielleicht sehen wir uns ja mal auf meinem Kanal. Vielleicht auch nicht. Aber macht das Rezept nach und bleibt zumindest diesem Kanal hier treu. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen. Tschüss.